Also Metall haben wir jetzt mehr als genug, darum brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Ähm, was haltet ihr denn davon? Ich weiß, das ist eigentlich total doof, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht mal einen Schrank zu bauen, weil alle so in die Smithy hauen kreuz und quer, ist das so vorteilhaft? Naja, wie gesagt, nachher brauchen wir die Base oder so nicht mehr, weil wir das erste gute Tier haben, dann verwenden wir die Base fast gar nicht mehr. Ich hab da mal so einen Ordnungsfummel hier, Thatch und Wood. Ja, aber Schrank, Schrank nimmst, ey, nun weg. Was macht das? Äh, Teamstrukturen. Äh, NRX ist gar nicht bei Sub-Zero. Ich glaube nur noch gefehlt. Ja, NRX hat uns vorhin zwar die ganze Zeit gekillt, aber... Ne, das waren ja die Typen, die über uns gebaut haben, diese Bayern. NRX ist bei den Bayern. Ich glaub schon, den hab ich doch vorher einmal gekillt. Komm, ich mach das jetzt. Ähm... Ich strukturiert die Base ganz anders. Ist doch scheißegal. Aber da kannst du halt mal hier alles vollmüllen, was Waffen und so angeht. Weil ich hab... Da musst du ja immer bei der Smithy so weit runter scrollen und sowas. Guck mal hier, das ganze ist hier schön übersichtlich. Hier, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n. Ich auch. Ja, dann bleibt da, dann holen wir beide, Alter. Ähm, der ist von der Brücke, also bei Jungle South. Ja, guck mal, was Gabel sein auf einer, dann kriegen wir bestimmt schneller drauf. Der ist ganz in der Nähe. Der ist ganz in der Nähe. Ich hab' alle 30.000 Dämen, Chris, egal welches Level, der ist ja nur 50. Echt? Meiner ist auch ganz in der Nähe, meiner ist beim Schneeberg. Ja, meiner ist, äh, wenn ihr über die Brücke fliegt, rechts einmal über den Sumpf und direkt neben dem, äh, Fluss. Warte, 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 ich flieg' grad' los. Kann ich den allein kehlen, Nicole? Oh Gott, die werden sich rächen, das wisst ihr ja. Das ist ja auf mich'n Scheißdreck. Also wo, wo ist der? Ja, meiner? Ich flieg' jetzt zur künstlichen Insel, äh, Brücke, da, weißt schon. Äh, flieg' mal zum, zum Sumpf, der, wo es dann zu Jungle South wird. Ja, da war' ich auch grad, da ist meiner auch. Und dann rechts weiter. Jetzt guckt der von zwei Seiten auf denselb. Nee, nee, ich bin ja direkt bei dem Kopf. Einfach, wenn ihr, wenn ihr nach, zur Totenkopf-Insel guckt, einfach grad' aus. Am Strand kann ich fliegt. Dann ist ja viel weiter weg, als meiner. Meiner ist total nah dran. Ich bin jetzt unter der Brücke, wo muss ich hin? Einfach zum Totenkopf, flieg' zum Totenkopf. Totenkopf, der ist da hinten. Batman. Frucht. Du, 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 Batman! Wie nah am Totenkopf? Na, und jetzt wo? Äh, noch ziemlich weit weg. Das ist ungefähr ganz, 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 ja, ja, ja. So, ich war's jetzt Richtung Totenkopf und wo? Ja, einfach am Strand. Am Strand, am Strand dann Richtung Totenkopf. Da sind, da sind ziemlich viele Brontos am Strand direkt. Aber den Golden Dodo siehst du auch wohl schnell. Gott, ey, das leckt jetzt echt schon beim Fliegen. Und der hat? Ey, da macht jemand 26 Damage. Jo, hab's g'sehen. 365 hat er meiner Movement Speed gehabt, oder das wissen wir, das ist. Okay. Ey, was hat das, was hat der zweite Damage? Ah, hier ein Spieler. Ah, getamed. Ah, okay. So, warte mal. Wo seid ihr? Wir sind, wir sind bei Golden Dodo. Ah, das ist ja irgendwo. Ja, ich würd's ja irgendwo Damagezahlen sehen. Da bist du Chris, oder? Ja, ja. Habt ihr den Spieler? Warte, ich bin noch ein bisschen Damage. Nee, das war kein Spieler, das war getamed der Kilo. Boah, das ist schon schön, 773 Damage. Die wird's viel, alter. Da kommt wieder einer im letzten Moment und klauten uns. Das war bei mir Martin so. Wir müssen ja nur, alter macht der Damagezahlen. Achtet echt auf euer Leben. Ich auch noch, fast voll. Der blutet schon. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Der blutet schon richtig gut. Der rennt nicht ins Wasser. Der wollte grad wegrennen, der Pisser. Der rennt weg. Der rennt von Gabel weg. Jetzt rennt der Gabel wieder nach. Gabel zieh den, zieh den. Alter, wie viel Schaden machst du den mit 1000? 1029. Wie hast denn du so viel Level? Alter. Ich kann immer noch Level. Warte, ich level immer wieder ein bisschen Damage. Der gibt ja auch Leben, oder? Äh, Level. Ja, extrem sogar. Warte, was? Ich glaub ich unterm Sicherheit noch mehr. Oh, was war das denn jetzt? Alter. Manchmal könnte ich echt kotzen. Oh, der hat mich gebissen. Das Beiß macht gut Damage. Ich hab deswegen auch was gezogen. Jetzt ist ja gleich tot. Also wie gesagt, wenn der Tod ist, nicht mehr durchrollen. Die muss man mit der Hand looten. Ja, dann sollten wir aber jetzt vorsichtig sein. Ja, lass mich vielleicht drauf, weil ich hab den meisten Damage drin. Okay, ich guck mal, ob jemand in der Nähe kommt. Und dann zeig ich euch den zweiten. Ich hoffe, ich find den direkt wieder. Der ist gleich hier in der Nähe eigentlich. Nur noch weiter Richtung Schneeberg. Alter, was will der jetzt auf mich losgehen? Ist der behindert? Ich fang schauen, stirb. Oh, dieser. Okay, jetzt schnell los. Ich hoffe, der hat jetzt Golden Tree drin, weil sonst bin ich pittig. Nee, hat er nicht. Alter. Warte, vielleicht muss ich eh gedrückt halten. Warte, vielleicht muss ich eh gedrückt halten. Warte, vielleicht hast du das dann in Petri drin. Das hatte ich das letzte Mal ja auch beim Giger. Schau in den Petri rein. Warte, warte, warte. Gold. Oh, nein. Hab ich gerade den Mann gesagt? Ah, okay, dann lass den anderen noch holen. Das schaffen wir auch noch. Los. Ich hab's nicht im Moment. Da hab ich doch gerade geschaut. Deswegen hab ich doch Nann gesagt. Nann. Mischung zwischen Nein und Mann. Was? Wohin? Bist du das hier vornher? Zurück wieder. Zurück wieder in die Richtung. Der hab ich gar nicht gesehen. Geist. Der war da beim Sumpfen. Der ist im kleinen Waldstück drinnen. Wo der lief ein Tote. Hier jetzt dann gleich zusammen. Hier drinnen war der. Ich find das glaub ich grad. Würde ich geil finden mal im Inspektator. Wenn du die Namen so siehst. Wie viele Leute hier eigentlich aneinander vorbeifliegen und so. Ja. Das ist übelst witzig. Hat das immer wieder sie. Die nehmen. Übelst jetzt weg oder was? Das ist ja auch das geile bei äh. Bei dir im Projekt gewesen. Als Inspektator da rum zu fliegen. Stimmt. Ihr seid ja da rum. Ja. Na gut. Das kam jetzt nicht so häufig zu irgendwelchen Begegnungen. Ne? Okay. Anscheinend ist der weg oder so. Ich hab keinen Plan. Du mein Pip hat jetzt 1777 damage. WTF? Der macht an einem wilden Pip der 888. Hm. Ich seh nur Bären und kein Dodo. Ja. Der war auf jeden Fall hier in dem Waldstück drinnen. Und ich flieg nochmal von vorne durch. Ich weiß ich bin vorne am Strand. Banken links rumgeflogen. Der war hier beim Sumpf. Da bin ich mir ganz sicher. Der Pip ist immer noch nicht ausgelevelt. Was geht denn bei dem Sheep? Ich hab grad wieder... ...damage geskillt gerade hin. 908 macht er jetzt. Vor allem wie killst du den ganzen Level? Ja ich kill ja alle Viecher. Deswegen. Na ich seh auch keinen Dodo. Der hat auch durchgeflogen. Ich flieg grad nochmal zurück. Und flieg von Amphen an nochmal. Mal kurz was gucken. Wir hätten den als erster killen sollen. Der war... Der andere war offensichtlich. Ja das stimmt. Ja sonst ist der weg anscheine. Weiße. Na komm. Weiter fliegen. Wir müssen noch nach Hause. Denk dran. Ja ja. Ich hab grad auf die Uhr geschaut. Warte haben wir noch eine Viertelstunde. Was? Ne. Ja. Zehn Minuten. Nein. Ne. Dreizehn. Guck ja grad. Noch fünfzehn. Oder fünfzehn. Hehehe. Hehehe. Als hätte er uns zugehört so. Tschüss. Fly Senny. Ach scheiße. Der weiß jetzt nicht, dass ich ihn gekillt hab. Guck ich grad mal, wie ich irgendwo eine Base find aber... mit Terran Nodern... Es bin... bietet. Ich hab wieder einen Tippen gekillt mit dem... und hab ihn gerade durch. Sehr gut. Und er zerstört. Wir sind a-los. Drei Stück. Das ist noch ein Spieler. Vendetta. Wo bist du denn? Warum findest du nur die ganzen Spieler immer? Die sind am Schrank drum, aber die sind alle nackt. Na und? Hauptsache, wir haben Implantate. Oh, das ist ein Preußenspiel, ne? Ich hab' ich bis jetzt auch noch keinen gesehen gehabt. Ich find's halt auch gar keine Base. Ich hab'n Pippte gedempten gekillt. Hast du gar nicht? Ich hab' gar keine Meldung. Ja. Hä? Stimmt. Aber warte mal. Ja. Doch. Die Tiefflieger. Von die Tiefflieger. Flieger. Okay. Okay. Die, die wir vorhin fertig gemacht haben, werden jetzt alle fünf genug gekillt. Was haben wir gerade? Ja, Kodex und so, oder was? Ja, ja. Hier, ich hab'n Golden Dodo. Wo? Gegenüber Vulkaninsel. Vulkaninsel? Ja. Gegenüber. Da, wo, circa da, wo wir das letzte Mal, das hieß sogar eigentlich fast, da, wo wir gegen den Todorex gefeiert haben. Warte, da ist noch ein Leaderjob, den Leaderjob wo ich noch ganz schnell. Ja, wer halt. Ist hier ja sowieso auf dem Weg, der Leaderjob. Leute, mein Schlafsack lebt hier immer noch, den ich ganz am Anfang, wo wir losgelegt haben, gemacht haben. Kann ich denn schon mal anfangen? Boah, der Dropper geil, der Dropper war echt, war echt geil. Na komm, mach lieber hin, ne? Ich bin schon auf dem Weg, ich hab' einfach nur ganz schnell Take-All gemacht. Chris, wo bist du? Da, wo wir angefangen haben. Noi. Das ist aber, da kommst du schnell hin. Ja, ich flieg' noch grad am Strand lang, um zu gucken, ob ich noch einen finde. Ja, ich weiß nicht, ob sich ein Zweiter dann auch noch rausgeht. Nein, einer und dann zurück zur Base. Okay, ich komm' zu euch. Da, kommt einer. Ja, ich seh'n. Jo. Okay. Wir hatten noch kurz wegen Stamina. Ja, wir könnten jetzt gleich schnell anfangen, wenn nicht das knapp wird. Ach. 25. Ja, wir machen hier genug Schaden, das Schwert. Stopp, ich hab' gerade was richtig Geiles gefunden. Ja, das stand doch nachher. Schau, wie sind's gerade Nate-Boosted. Wir shotgun, dann hab' ich noch ein lilas Schwert, äh, ein pinkes Schwert für euch. Ja, komm, dann fangen wir an. Chris, wir warten noch, äh, wir fangen jetzt an nochmal. Ja, fangt an, dann finde ich euch wenigstens. Ich weiß nicht wo, ich flieg' grad Richtung, bin jetzt beim Vulkan eigentlich. Ja, gegenüber von der Vulkan ins Land, ne? Ach, 1200 Damage an dem. Nur normal. Na gut, du hast das lauter, ja, du hast das lauter Leck. Er ist 595, ne? Aber die haben alle gleich viel Leben, also von daher. Oh, der Petri da oben ist cool. Er blutet schon. Das Ding ist, ich krieg' Damage, wenn ich durch den durchrolle. Ja, ja, weil er preist. Nein! Nee, du kriegst Damage, wenn du den angreifst, da. Ach. Auf, jetzt kommt gleich ein Spieler und macht ne Rolle durch uns. Ja, kann auch. Dann mach' ich ne Rolle durch den und dann ist der tot. Jetzt hab' ich jetzt. Ja, angeblich, angeblich haben wir ja zur Hand da nen 2000 Damage, Petri. Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Casey und so killen, weil wir brauchen die ganzen Implantate. Was ganz, ganz, ganz klein Aussetzer machen wegen Leben. Ja, wieso verlierst du so viel Leben? Weil ich durch die Rolle durch die ganze Zeit, also je mehr Damage. Ich habe das, desto mehr Leben verliere ich. Weil ich bekomme sich viel mehr Damage schuld, wenn ich durchrolle, deswegen glaube ich. das stimmt, ich hab' auch Uli's Leben verloren. Ich hab' auch Uli's Leben verloren. Ich hab' dann wieder aufpassen, der tut es schon doch recht gut. Ja, dann lass' sie dann nur mich oder so. Naja, Bauma geht schon noch. Naja. Zack, tot. So. Lol. Oh, zum Glück, Lutzack, aber es ist halt echt, dass mit Sacktod passiert ist. Hier, hier, vier Golden Tree. Nice. Und das zähmt ein Dino Instant? Ja. Ein Golden Tree zähmt ein Dino Instant. Bam, Junge. Das bedeutet, auf jeden Fall schon mal ein Dodorex für jeden? Nein, wir brauchen schon die Dodorex Trophäe und so dafür. Stimmt. Wo kriegt man die her? Von Wifa in unserem Coat, oder? Ja, wir brauchen, na, wir brauchen einfach die Affentrophäe, die Weifentrophäe und die Brutmutter. Und dann können wir das in der Beide mit mir erstellen. Also, ihr heilt mich jetzt für verrückt, ja. Irgendwas. Aber, jetzt schaut mal ganz kurz auf den Bronto, bitte. Das ist mein normaler Hit. Ich bin schon wieder wegflogen. Das ist mein normaler Hit. Warte. Lol. Was? Das ist dein normaler? Ja, ich hab' jetzt 2437 der Mittag auf dem Bett. Wie, wie, warte mal, dein normaler mit linkem Raustaster. Nein. Also, meine C-Rolle ohne Crit. Was ist dein Crit? Critical Hit. Da machst du, äh, deutlich mehr Damage nochmal. Ich mach' 629. Typ. Oh, ich hab'n 800 der 3. Ich hab' gemacht. Trotzdem bist du beim Giga One-Hit. Ja, das schon. Ne, nicht unbedingt. Du hast biss'l Leben-Skills geht's sogar. So, komm jetzt ab nach Hause. Und ich geh' immer noch weiter. Da hab' ich 1545, äh, 2545 gespielt. Ich hab' 900. Boah, das ist doch echt krank. Ab nach Hause. Dafür bin ich, glaub' ich, am meisten. Am meisten. Was brauchen wir jetzt? So schnell bin ich nach Hause. Was brauchen wir denn für... Oh, da waren feinliche, das sind feinliche Petris. Wo? Ich seh' es, Päusen. Alter, wie viel, yo. Nicht nur Päusen, schon wie viele das sind. Da sind richtig viele, ja. What? Wo denn? Äh, in den Bergen. Na, da war ich's doch grad. Alter, wie steh'n ich? Loll! Alter, das hat jetzt Gleck bei mir. Greift ihr die an? Ja. Fabi, lass' abhauen, die haben Päusen und was. Ja, das ist eine Base. Gleich ist Schluss der Session, ich hab' echt keinen Bock. Das ist nicht deren Base, das ist die, die ich vor geräumt habe. Ne, 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 ich sag' ja. Ach so, die hast du schon gar nicht. Okay, jetzt muss ich mich grad orientieren, okay, klar. Einfach zurückzumachen. Du auch, Chris, ich hab' dich grad in die andere Richtung sehen. Ja, ja, ich hab' mich nur grad orientieren müssen, wo ich... Ja, ja, ich hab' Chris gemeint, ich dich. Ja, aber weil du gesagt hast. Ja, es ist doch alles super. Alles gut. Das nimmt sie grad auf. Ja, mittlerweile. Ja, aber merkt ihr, wo die sind. Das, die Base haben wir nicht so schon. Die hab' ich gefunden geräumt. Das war doch das, warum die gesagt haben, oh, Chris. Vielleicht, äh... Die Stabina. Die wollten wir, glaub' ich, auch grad aufreißen. Nur haben's nicht gemerkt, dass die Base schon offen ist. Vor allem, wie viel waren denn das? Ja, wo hätten wir voreingeschossen? Ja, das waren richtig viele. Im Kühlschrank war... Im Kühlschrank war praktisch, weil sonst sind die Golden Frees ziemlich schnell kaputt. Ja, kommt, äh... Dieser Pinder mit Swagpoiler. Hier ist ein Feueragend. Aber... Warum... Waren aber nicht so viele Spieler, oder? Das waren nur... Naja, das waren sauviele Püppte halt. Ja, das waren sechs Püppte. Mindestens. Und zwei Spieler. Ne, Spieler hab' ich nicht gesehen. Vorher, ich hab' zwei... Einer war auf nen richtig schnellen Kran Püppte und einer war auf nen Poison. Also es waren drei Poison-Püppte, oder zwei Poison-Püppte, dann vier normale Püppte... Das ist mir grad so vier Püppte! Einen Spieler muss noch am Boden gewesen sein, weil da hat einer mit nem Raketenwerfer geschossen. Ja, und zwei waren auf Püppte. Einer war auf nen Kran, sah schnellen Püppte und einer war auf nen Poison. Ja, die, die wir gesehen haben, aber... Und, äh... Wenn... wenn der nicht beritten ist, macht der trotzdem Rollen? Ne. Nein. Ist sehr doof. So, ich bin jetzt schon gleich an der Pais. Ich auch. Bei, was mich mal interessieren würde... Loll, wer hat die Tür offen stehen lassen. Hä, ich hab' die Zuge... Ne, 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 unsere Base wurde angegriffen. Die haben die Baseler erräumt. Ja. Ja, aber die wurde zerstört. Hä? Da muss eigentlich dran stehen, wer die zerstört hat. Die Billigen Hose. Warte mal. Wer ist denn die Billigen Hose? Habe ich von nem im Chat gesehen. Ne, warte, ihr Bett zerstört... Zerstört ihr Bett, die Tiefflieger waren das. Und, ne, warte mal, da steht auch wieder die Billigen Hose am Schmelzofen von uns. Ne, du hast die kaputt gemacht, oder was? Stable Level zerstört ihr Schmelzofen. Nein, Ausschussware killt. Äh, ja, die wurde da gekillt. So, ähm, dann habe ich nen Pippte gekillt von Subsyro, das war der Subsyro-Angriff. Dann wird den gekillt, dann, ja. Und dann wurde die verstärkte Holztie zerstört. Von? Äh, steht nicht. Ja, das steht nicht, das ist eben das Komische, eigentlich müsste es dran stehen. Weil, jetzt ist alles weg, was in der Base war. Weil da so, so gute Sachen, was da herinnen waren und alles weg. Aber, ja, guck mal, hier, das ist total komisch. Nur die Sachen, die im Schrank waren. Ne, warte mal, das ist total komisch hier. Der Türrahmen hat 1000 Leben ungefähr verloren. Ja, und die Wand hier... Der Türrahmen um den Türrahmen hat 7500 Leben verloren. Oder 7000 Leben. Die Foundation hat auch 10.000 Leben verloren. Oder 9000 Leben. Ja, jetzt haben wir wieder kaum Implantate. Ja, aber das Komische ist, alles um den Türrahmen herum hat krass viel Damage bekommen. Der Türrahmen hat wenig und die Tür ist komplett weg. Ja, das ist ein eigenartiges. Das ist komisch. Ja. Das kann normalerweise so nicht sein. Das im Schrank ist noch da. Ist nicht viel fehlt alles. Und wenn der Schrank, äh... Der Schrank war ja auch gelockt da. Hier im Schrank ist ein pinkes Schrank. Ne, der war eben nicht gelockt. Doch, pink-coded. Den habe ich jetzt gepim-coded, aber da vorher nicht. Okay. Da fehlen auf jeden Fall auch Sachen aus dem Schrank. Da waren 45 Sachen drin. Das Komische ist, die Foundation ist nämlich auch sordisch schädig. Und die Türrahmen nicht. Ja, eben das ist das Komische, weil die Türrahmen kaum. Die andere Wand hier neben auch nicht, nur... Weil ich wollte gerade noch sagen, wenn wir nach Hause kommen, dann können wir ja noch Metallwände bauen. Ne, können wir vielleicht... Wir müssen so schnell wie möglich Metall bauen. Ja, wir haben nicht mal mehr genug Metall, kein Cementing Paste mehr. Ah, stimmt, kannst du jetzt mal... Wir haben alles mitgenommen, Alter. Wir hatten so viel geschmolzenes Metall schon. Ja. Cementing Paste ist jetzt unser... Wir können nur die Püpte durchschnen, ob irgendeiner... nur der Keratin hat. Dann nehmen wir hier überall das Metall raus. Stil hat meiner drin ordentlich. Keratin hat er vorhin auch ordentlich gefahren. Ach ne, die ganzen Implantate. Ja, da ist ja. Alle weg. Scheiße. Ich hab meine auch vor extra reingelegt, noch ich hätt's behalten sollen. Wir holen uns die wieder, Alter. Ich hab jetzt noch zwei im Püpte auf jeden Fall. Ja, ich würd halt gerne wissen, welcher Tribe das war, ne? Ja. Das ist so fäll, dass das da nicht stimmt. Ich hab jetzt noch zwei im Püpte. Zwei Implantate. Ich mach auch noch mal eins in deinen Püpte rein, warte ich schon. Ich hab noch ne Tür auf jeden Fall noch. Ich hab noch ne Tür bauen. Jo, warte. Ähm, aber ich hab auch noch mal zwei Implantate bei dir. Ja, wir viel Pech, ich habte. Guten Deutsch, mein Freund. Haben wir noch Stein? Ah, die haben die, die haben die Teile übersehen hier. Was für Teile? Na, wie heißen sie? Ähm, also, haben sie nicht reingeschaut. Äh, doch. Da war so viel Gumb-Powder drin. Echt? Und 1500 Spark-Powder. Wir bauen noch mehr die Tür. Jo, warte, hab ich, hab ich. Sieben. Ja. Ja, schön. Alter, naja, wir gewonnen so zur Runde wie immer, Alter. So viel Pech hatten wir wirklich nicht. Das muss an mir liegen. Wir hätten wieder beim Schneeberg bauen sollen. Gabel. Nein, ich finde das ist gar nicht mehr so ein Scheiß-Spot hier. Ja, aber jetzt hat schon der vierte Tribe uns einen Spot entdeckt gehabt. Weil die komischen Bayern haben einen Spot entdeckt, die anderen, die wir wegkilled haben. Keine Ahnung, was die haben. Nein, Hauptsache. Schau mal, wer der Geneschi geschrieben hat. Ja. So, dann ist schon dabei ein Cut. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.